In der heutigen News-Folge geht es um, wie wird der zweite Teil des Kalenders für 2020 aussehen, Vertragsverlängerungen für zwei Rennstrecken, vier neue technische Direktiven der FIA vorgestellt. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu den News. Wie der Europakalender 2020 aussieht, wisst ihr ja seit meinem letzten Video. Doch wie es danach weitergeht, ist bisher noch unbekannt, denn der Kalender soll bis Ende Juni fertig werden. Gerüchten zur Folge soll es noch zwei weitere Grand Prixs in Europa geben, bevor die Rennen dann in Übersee stattfinden sollen. Kandidaten für weitere Grand Prix-Rennen in Europa sind Hockenheim, Imola und Mugello. Da ja Italien in Monza ein Grand Prix absolviert, ist es eher unwahrscheinlich, dass die beiden letzten Rennstrecken den Zuschlag erhalten, was bedeutet, dass Hockenheim doch Chancen hat, einen Grand Prix auszurichten. Anschließend könnte es zu einem Doubleheader in Bahrain kommen, da Abu Dhabi als Finale geplant ist. Das bedeutet, es fehlen noch zwei Grand Prix, um das Mindestziel von 15 Grand Prixs zu erreichen. Die Grand Prix von Singapur, Aserbaidschan und Japan fallen wohl aus dem Kalender, weil beide Stadtstrecken keine Geisterrennen ausrichten wollen, es noch keinen Termin für beide gibt und in Japan wird vor März 2021 kein Einreisender aus Europa und den USA ins Land kommen. Ein Doubleheader in Russland wird in Erwägung gezogen, gerade wegen der Lage, der Hotelnähe und der Entfernung zum Flughafen. Vietnam lehnt ein Grand Prix im Herbst ab, da sie ein halbes Jahr später wieder mit der Ausrichtung eines Grand Prixs dran wären. Wie im letzten Video bereits kurzfristig angesprochen, werden Brasilien und Mexiko ihre Grand Prixs an den ursprünglichen Daten stattfinden lassen, plus Zuschauer, doch die Infektionszahlen von deren Orten ist gestiegen. Am letzten Wochenende fand auf dem Texas Motor Speedway der IndyCar-Saisonstart vor leerem Publikum statt und Nesca hatte auch bereits ein Geisterrennen abgehalten. Doch auf dem Circle of the Americas kommt es zu einem finanziellen Problem, weil wegen Corona keine Veranstaltungen mehr stattfinden und keine Gewinne mehr erzielt wurden. Eine Möglichkeit wäre eine Indianapolis-Rückkehr, denn der Speedway wäre dafür gerüstet. Dort finden am 23. August das Indy 500 und sowohl am 4. Juni als auch am 3. Oktober die beiden Straßen Grand Prix der IndyCar-Serie statt. Wie würde euer zweiter Teil des Rennkalenders aussehen? Schreibt es in die Kommentare. Nach der Vertragsverlängerung des Italien Grand Prix wurden die Verträge des Belgien Grand Prix und des Ungarn Grand Prix ebenfalls verlängert. 2018 wurde der Vertrag mit Spa-Francorchon bis einschließlich 2021 verlängert, dieser wurde um ein weiteres Jahr bis einschließlich 2022 verlängert. Mit Ungarn möchte man weiterhin planen, sodass der Grand Prix auch um ein Jahr bis einschließlich 2027 verlängert wurde. Der Grund ist natürlich Covid-19 und beide Grand Prix werden 2020 als Geisterrennen stattfinden. Eure Meinungen zu den Vertragsverlängerungen in die Kommentare. Noch vor dem Saisonstart in Österreich hat die FIA vier technische Direktiven vorgestellt, um mögliche Grauzonen im Reglement zu schließen. Dabei betrifft es den Verbrennungsmotor und die E-Motoren. Hier ist eine Übersicht der vier neuen technischen Direktiven. TD 018-20 bezieht sich auf die Abgabe der Leistung aus dem ERS, TD 019-20 bezieht sich auf den Ölverbrauch der Motoren, TD 020-20 bezieht sich auf den Durchflussmengenbegrenzer und die Sensoren für Druck und Temperatur des Motors und TD 021-20 bezieht sich auf den Benzinverbrauch. Das sind Hinweise und Anfragen von Red Bull und Mercedes und sie waren auch 2019 auch diejenigen, die die FIA auf so etwas aufmerksam gemacht haben, welches nicht im Reglement stand. Der Regelhüter möchte mit einem aktualisierten Strom- und Spannungssensor das ERS noch besser kontrollieren, denn maximal erlaubt sind 163 PS für 33 Sekunden pro Runde. Ab 2020 wird der Ölverbrauch nochmal halbiert. 0,3 statt 0,6 Liter auf 100 Kilometer. Damit wollen sie verhindern, dass Öl aus dem Kühlsystem zur Leistungssteigerung entnommen wird. Ein Hilfsbehälter mit maximal 2,5 Litern ist neben dem Hauptöltank laut Artikel 7.9 des sportlichen Reglements erlaubt. In Bezug auf den Benzindurchfluss von 100 Kilogramm pro Stunde wurde ein zweiter Messsensor verbaut, der den Durchfluss überprüft. Letztes Jahr gab es ja Verdächtigungen von Red Bull und Mercedes, dass Ferrari mit dem Fuel Flow Meter getrickst hätte, doch Ferrari hat das bestritten. Man hat den zweiten Messsensor eingebaut, weil Red Bull der FIA gezeigt hatte, dass die Messung nicht kontinuierlich, sondern in Intervallen funktioniere. Die dritte neue technische Direktive bezieht sich neben dem Durchflussmesser auf Druck und Temperatur, weil man wissen möchte, wie das Benzin über die Pumpen in die Einspritzhüsen gelangt. Zum Thema Ferrari und der Benzin-Affäre habe ich ja bereits Videos gemacht, die ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt habe. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich bin mir zu 95% sicher, dass wir doch noch einen Deutschland Grand Prix in Hockenheim bekommen werden, denn die beiden anderen Konkurrenten sind beides italienische Rennstrecken und Monza richtet ja bereits im September einen italienischen Grand Prix aus und ich wage zu bezweifeln, dass noch zwei weitere dazukommen. Ich finde es gut, dass es neue technische Direktiven gibt, um mögliche Stricksen der Teams zu unterwinden. Im Rennsport sollte alles fair bleiben. Hier noch eine kleine Info für euch. YouTube schafft ab Mittwoch die Abstimmung ab und ich kann euch leider nicht mehr auffordern, oben rechts für etwas abzustimmen. Von daher würde es mich freuen, wenn ihr in Zukunft einen Kommentar da lassen könntet. Er muss ja nicht lang sein, aber das überlasse ich euch. Und nun zum Community-Kommentar. Der kommt heute von Florian2711. Er schreibt, An sich finde ich die Idee gut, aber man darf die 306 Kilometer Rennlänge und die maximale Renndauer von zwei Stunden nicht überschreiten. Wenn es dazu noch regnet, wird es wohl nicht klappen. Aber bei Trockenwetter wäre das durchaus möglich. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.